Bonjour est passé, Calimera lautet die diesjährige Urlaubsdevise meiner geschätzten Genossin Bundesparteivorsitzenden Pamela Joy, Randy Wagner. Nach Saint-Tropez steht nun Zypern auf dem Speisezettel der obersten kleinen Frau des Landes. Statt Rosé gibt's Rézina, statt D'Artropisien gibt's Baglava. Aus der Jukebox ertönt griechischer Wein, denn Tulli-Tulli Saint-Tropez ist auf Zypern eher umpassend. Dafür gibt es aber auch dort genügend Milliardärsklubs, keine Sorge. Hauptsächlich die Gäste russischer Prominienz und reichlich Schwarzgeld aus Moskau. Da brauchen sie wenigstens keine Türkisen aus Österreich. Frau Pamela Joy, Randy Wagner, ich gönne es Ihnen aus ganzem roten Herzen. Denn ich bin kein Urlaubsrassist und den moralischen Zeigefinger, den die Regierung drohend über das Volk schwingt samt dem Gebot, und du sollst nur in Österreich Urlaub machen, können sich die Damen und Herren Exzellenzen am Ballhausplatz sonst wohin stecken. Und überhaupt, sag mir, wo der Klimawandel ist. Der diesjährige Sommer hier zwischen den Schluchten Österreichs, kalt und feucht, und ihr roter Parteifreund in Kärnten Kaiser hat touristenfreundlich den Notstand ausgerufen, allen Urlaubern den Maulkorb verordnet. Ich werde daher selbstverständlich in Saint-Tropez die Fahne der weltweit vereinigten Proletarier hochhalten und die rote Sektion Gottes Hüe im Klubsanker-Sankheim suchen, vielleicht mit ein paar Genossinnen auf ihr Wohl anstoßen, aber nun zurück zu Zypern. Ich glaube, dass ihre Parteifreunde mit der diesjährigen Urlaubsdestination durchaus zufrieden sind. Je weiter Sie, Frau Rendi-Wagner, weg sind, umso weniger können Sie anstellen. Und wie ich höre, macht der Wiener Bürgermeister mit seinem Hammer- und Sichelopferstock bereits eine Sammlung für Sie, versteiget seine letzten ausgedehnten Hosenträger. Denn es wäre ja kein Nachteil für die SPÖ, wenn Sie, Frau Rendi-Wagner, über den 11. Oktober hinaus gleich dort unter der griechischen Sonne weiter darmen würden. Nur ihre klimabewegten Freundinnen staunen, dass sie ausgerechnet in den doppelstrahligen Rosinenbomber einsteigen und selbst für einen CO2-Abdruck sorgen, den Sie den Bürgern eigentlich verbieten wollten. Ebenso staunen jene Österreicherinnen und Österreicher, die sich aufgrund des Corona-Chaos, der Arbeitslosigkeit und der Kurzarbeit keinen Urlaub leisten können. Aber wie gesagt, Sie sind zwar die Vertreterin des kleinen Mannes, der kleinen Frau, aber leben doch selbst auf großem Fuß. In diesem Sinne, Carlo Daxidi, gute Reise und wie immer, Freundschaft!